willkommen ihr lieben heute aus einer anderen perspektive zu einer weiteren folge clash of clans mit mir dem torsten ja und heute ist es herausgekommen also die news waren schon von gestern clash of clans and clash royale are now available on pc also wir können clash of clans jetzt auf dem pc spielen ich habe früher clash of clans schon auf dem pc gespielt nämlich in emulatoren was auch nicht ganz also es war schon erlaubt aber es war halt nie supported das heißt wenn ihr dort ein problem hatte mit dem konto mit spieler sonst was dann braucht ihr euch nicht an supercell wenden aber sie haben es auch nie gerne gesehen dass man an den emulatoren spielt also zumindest nicht als offizieller creator und deswegen sind wir ja irgendwann mal von android auch umgestiegen auf apple und aber gleich um es gleich vorweg zu sagen wo wir gleich bei 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 apple sind für einen mac wird es das nicht geben und die neuen macs haben ja auch ein problem sie können halt windows pc ist auch nicht mehr emulieren in irgendwelchen nicht emulatoren sondern in wir in irgendwelchen virtuellen maschinen oder sowas weil die prozessor nicht mehr kompatibel sind mit den windows version und dementsprechend kann man sich dann ja weiß ich nicht in der aws oder in der azure cloud sicherlich eine instanz mal hochziehen ich wollte das ganze aber trotzdem mal heute oder überhaupt mal anspielen wie sich clash of clans auf dem pc spielen das also ich meine ich kenne es noch nicht so wirklich aber bloß das wird auch nicht nur also im moment gibt es nur diese beiden spiele und die anderen spiele sind ja ich kann es euch nicht sagen ob die geplant sind oder nicht geplant ich meine wenn man erst einmal das ganze hat aber wenn man jetzt auf den dann wie gesagt wenn man das ganze konstrukt erst einmal hat dann ist natürlich einfach seine anderen sachen auch da rein zu importieren wir können einmal in den google play games gehen oder überhaupt in den games doch heute heutzutage heißt es nicht mehr play store oder games sondern google play games und können das ganze als beta erst mal runterladen dann mache ich das eben mal okay da ist es schon fertig okay dann können wir das mal installen wir gucken mal was wir für den installer bekommen ok c program files google play games ja mach mal hin mach mal da rein das sieht ganz gut aus und okay dauert noch eine minute aber die minute das spiel ist relativ na ich will nicht sagen relativ klein ich finde schon relativ groß für so ein kleines game aber es ist halt auch im laufe der jahre gewachsen also sowohl clash royale als auch clash of clans und clash royale tue ich mir gerade nicht an obwohl ich mir vorstellen kann dass für die clash royale am pc das ganze vielleicht ein bisschen sogar ein bisschen besser als auf dem mobile device es geht weil man halt gewisse sachen viel besser platzieren kann und du hast ja auch nicht wie bei clash of clans den ich nenne ja so den multi touch also irgendwie muss man das ja simulieren dass man auch mal zwei truppen auf einmal setzen kann oder so aber wir werden das ganze gleich gleich mal sehen und ich bin mal gespannt ich mache euch das einmal vor dann braucht ihr braucht da keine angst vor zu haben so nach dem motto ohne das mache ich mal nicht aber letztendlich ist es natürlich jedem über selbst überlassen viele haben ja gar kein pc oder notebook oder was auch immer sondern spielen ausschließlich an an mobilen devices also ich kenne einige die halt die halten ein ipad haben oder oder irgendein google android gerät als tablet und machen darüber halt alles das geht ja mittlerweile auch sehr sehr gut egal ob mit tastatur mit stift und so weiter warte auf die installation okay das überspringe ich für euch mal obwohl die brauche ich dann überspringen geht ja relativ zügig auf meiner büchse hier sehe ich gerade und dann gucken wir mal ich lasse mir mal den task manager einblenden wie viel das denn so als cpu zeit frisst das sind ja immer so sachen die für mich halt dann immer sehr sehr interessant sind was macht das spiel eigentlich okay ich stimme zu musste ich auch noch mal machen da okay das ist beta wo ist es denn jetzt hat sich in hintergrund versteckt da ist es okay bei google anmelden ich mache das mal eben offline dann seht ihr da meine daten so nicht nach so nachdem ihr mal was gemacht habt könnt ihr das hinterliegende fenster in ruhe schließen die nutzungsbedingungen akzeptieren sonst geht es eh nicht weiter die datenschutzerklärung habe ich mir schon tausend mal durchgelesen solltet ihr auf jeden fall auch tun und dann kann man hier details ansehen clash of clans finde würdige gegner okay es gibt also noch mehr und auch clash royal aber scheinbar gibt es hier noch noch viel viel mehr beziehungsweise das ist erstmal nur der client was ist hier mit details ansehen dann können wir das einmal installieren virtualisierungs einstellungen damit hypervisor plattform die windows hypervisor plattform funktioniert möglicherweise nicht mit anderen gehen ich sag mal weiter möchtest du jetzt nur starten okay da muss ich einfach nur starten neugestartet frisch ans werk jetzt wird installiert wählen sie als set um das spiel interne na das will ich im moment nicht ausstehend okay wo tut sich jetzt hier was ich sehe es gerade nicht es gibt aber noch einige andere spiele hier state of survival lords mobile und auch etliche andere etliche andere sachen okay clash royal auch aus meiner mediathek ich weiß gar nicht dieses spiel auf dem pc ist optimiert das ist einfach das perfekt gelungenste okay keine werbung keine wachs und man kann alles free to play erhalten das stimmt wohl das stimmt wohl das sind die schlagwörter über dieses spiel webseite bereit zum spielen okay würde meiner mediathek hinzugefügt spiel ich mach dich bereit oh das ist laut das ist aber laut ne nur ein bisschen leiser machen okay da kann ich das jetzt in den hintergrund schieben hier clash of clans ist kostenlos spielbar ok ui aha er hat mein dorf gefunden spielt sich wie immer wir müssen das kanönchen platzieren spielt sich irgendwie wie immer leute aber fullscreen sieht das schon cool aus muss ich echt mal so sagen mit meiner kamera irgendwann mal ein bisschen woanders positionieren weiß ich kann mir vorstellen wenn man das ganze live macht dann ist das sicherlich auch nicht schlecht verteidige dich du kanönchen aber man kann man kann direkt rein und raus scrollen ohne dass man eine taste festhalten muss das natürlich cool weil früher musste man in den emulatoren immer eine taste festhalten damit man scrollt das geht jetzt am rad das ist sehr cool man hat nur drei magier früher hatte man fünf leute früher hatte man fünf da hat man noch ein oder zwei übrig ne sogar alle übrig und konnte konnte dann mit 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 den level 1 drucken denn auch schon spielen sehr cool geschafft ab nach hause wir können gleichzeitig an vielen vielen gebäuden arbeiten mit einem zweiten baarbeiter sehr cool wir pumpen elixier jawoll also sieht gut aus oder es ist sehr smooth kann ich euch sagen und man kriegt auch alles drauf kann natürlich jetzt auch alles verschieben hier ihr seht meine maus auch nicht das ist sehr sehr cool ihr seht meine maus schon ja klar ist ja mein ist eigentlich mein normaler desktop das ist ein bisschen doof da müsste man dann höchstens sagen in der bildschirmaufnahme mauszeiger verbergen ich mache das mal so das ist aber auch ein bisschen doof weil letztendlich ist es ja ist es ja mein desktop ne james gehen wir nicht aus da kennt ihr mich für ich bin kein gem rausgeber und könnte auch jetzt schon hier mich mit einer super cell id oder mit google play wieder verbinden ok was willst du denn kaserne und könnte mich damit natürlich jetzt verbinden also ich denke mal alle anderen funktionen werden genauso sein wie es wie es früher einmal war und hier können wir erstmal papa papa bahn bauen ganz ganz viele nämlich ausbildung beenden zack wird gejammt hier ok ein gem ausgegeben das natürlich heftig aber wir können angreifen und zwar hier im kobold wald gegner können wir noch nicht so suchen mit level 1 ok wie man natürlich jetzt so multitouch macht weiß ich nicht vermutlich gar nicht aber ihr habt sicherlich auch bemerkt dass in den kobold missionen das overlay also das design geändert wurde und dann ein drauf schicken das design hier geändert wurde beziehungsweise dass die szenerie so ein wetter wusste gar nicht dass er so viele treffer punkte hat naja ok das haben wir gepackt und aber wie gesagt ist spielst du schon schön smooth im hintergrund kannst du es immer noch alles bewegen und toller kampf wie heißen wir denn eigentlich ja wie heißen wir es ist eine gute frage ich gucke mal gerade so ob ich hier irgendwas finde prinzenrolle 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 ich habe hier eine prinzenrolle stinke soll man so nennen das ist irgendwie doof das ist irgendwie doof ich so mal eben namen raus so ich habe natürlich einen namen raus gesucht und ich habe auch einen namen gefunden wir nehmen uns app also noch eine frage wie alt bist du alt genug hoffe ich ich darf weitermachen ok ich darf weitermachen leute sehr schön bestätigen warum wir mal eben das rathaus aus also ich darf schon mal weitermachen das ist schon mal nicht schlecht aber hier steht jetzt ausbilden irgendwas fehlt irgendwas fehlt mir gerade ach so ok das ist hier ein kleiner pass den man spielen kann ok das kennt ihr wahrscheinlich auch schon es gibt ja auch ein paar belohnungen die man wie man sich abholen kann das ist ja halt die erste kleine ladder die man spielen kann du schaffst das schon ja sicher schon wieder kein thema aber erstmal mal ein paar truppen ausbilden und auch in der pipe beziehungsweise wir den die kaserne hier mal ab dass wir die bogenschützen frei bekommen und mit dem anderen bauarbeiter machen wir erstmal das armeelager hier sehr schön 15 minuten läuft auf jeden fall hier beim toti zwei sachen gibt es im shop es gibt hier das ausrufezeichen darunter findet ihr die e-sports news wie ihr gehabt da sind auch die news ok jetzt auch jetzt verfügbar machen wir ja gerade sehr cool und ja wie ich finde weiß ich noch nicht so genau ich meine man kann natürlich viel viel besser jetzt andere sachen oder überhaupt die sachen die sachen jetzt zeigen es ist ganz offiziell jetzt am pc und man muss jetzt nicht mehr irgendwie auf irgendwelche emulatoren die dann nicht richtig funktionieren das ganze spiel spielen wenn man das jetzt nicht über so ein mobile device macht aber ihr könnt mir gerne meine kommentare schreiben lieber ein ipad oder lieber mal am pc ab und zu mal eine folge machen weil ich werde jetzt gleich mal meine id ist hier rein übertragen und dann gucken wir mal wobei ich hier so wo wir hier so landen würde ich sagen und ersten erfolg haben auch schon drin sehr schön also die ersten jams laufen auch schon mal aber um das lager abzubauen aber ich müsste mir eigentlich jetzt mal in den einstellungen gibt es hier mehr einstellungen es sind immer noch dunkle wolken ein bildschirm schütteln aus bildschirm schütteln das wird ja nicht funktionieren hier ja wie soll mein bildschirm ist geschüttelt werden wieso mein bildschirm ist geschüttelt werden api token unterstütze ein creator wenn er also ein creator unterstützen wollte gibt hier einen sinnvollen news an oder einen sinnvollen zu und damit unterstützt auf jeden fall ein creator eurer oder auch meiner wahl und alles andere ist hier eigentlich so wie es wie es geblieben ist das ding hier kann man natürlich auch das ding kann man natürlich auch spielt mal gucken wie wir das hier an mit der maus spielen können mal sehen 12 ein da ein da oben ja ich kann also man muss die dinger natürlich schon schon ganz schön ganz schön heftig schmeißen hier beziehungsweise man muss einfach schnell klicken das geht am tablett einfach viel viel schneller leute könnt ihr mir glauben das geht am bildschirm viel viel schneller wir können natürlich das muss hier rein scrollen keine frage auch king nicht schon wieder gar nicht schon wieder ans rathaus aber der king macht schon wieder das rathaus der king macht schon wieder das rathaus okay was eigentlich gar nicht machen sollte das sollte eigentlich die queen erledigen aber egal spaßig hier aber mit 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 der maus hier unten rein immer reinklicken und dann was setzen das ist auch sehr sehr heavy muss ich sagen mal sehen ob er jetzt den den turm schon bekommen so dann gucke ich mal waren die gleiche unten hinfliegen damit haben wir spiel eigentlich schon geschafft sehr schön easy peasy würde ich sagen also es geht schon ganz gut am pc man oder einige dinge okay aufnehmen geht natürlich auch super wenn er mich jetzt von der cam her weg denkt oder ich mache ich mich ganz klein und in der ecke oder so sonst natürlich nicht schlecht ich wollte gleich noch eine eine funktion noch mal checken weil die geht ja nur an tablets die geht jetzt nicht hier an an ich wollte gerade sagen wieder am emulator ist gar kein emulator mehr es ist ein richtiges pc spiel clash of clans auf dem pc und könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben ob euch das auch schon angetan habt oder ob es im moment last hier wer ist geht irgendwie gar nichts müsste ich mal gucken einmal nach hause da haben wir was bekommen wir sind im level aufgestiegen sehr schick und ich glaube wir müssen erstmal die minen und sammler hier ein bisschen ein bisschen größer machen und dann haben wir das event auf jeden fall geschafft dafür haben war ja super 25 james bekommen erste pulle 400 ep es ist clasho wien es kommt ein paar sachen hier also ich blicke dem ganzen noch nicht ganz so ganz so in ganz so toll entgegen aber eine funktion wollte ich gerade noch mal checken hier mehr einstellungen es gibt die doppel leiste hier nicht also ach doch die größe der entsendungs leiste guck mal einer an da können wir doch doppelt machen cool ok kann man hier doppelt machen nicht schlecht also als wäre es am tablet ok nicht übel ok können wir zurücksetzen sehr schön also dass das geht auch aha also wenn jetzt jemand fragt sag mal wo hast du die doppel leiste auf dem ipad dann kann ich nicht nicht mehr sagen ja das geht nur am auf tablet sondern muss jetzt auch als antwort geben das geht auch am pc spiel ok so nicht schlecht ja wie gesagt was haltet ihr davon clash of clans auf dem pc habt ihr euch auf das ganze auch schon angetan das was ich mir noch nicht angetan habe ich wollte mal gucken wenn ich jetzt wieder auf dem desktop springe wie viel cpu zeit das ganze denn nimmt relativ wenig ok sehr sehr wenig sogar also das frisst hier kommt kaum brot auch wenn man hier jetzt mal so ein bisschen scrollt ganz kleines bisschen häkels aber wie gesagt man braucht keine taste drücken um hier hoch und runter oder mit mit dem mausrad kommt hier rein und raus alle anderen tasten hier sind hier was ist wenn ich f1 drücke geht gar nichts f2 geht auch nichts ok also es ist wirklich rein maus klicker spiel und ja ich finde ich finde es eher schwer muss ich sagen weil du kannst am tablet einfach mit mehreren fingern viel viel mehr machen ist einfach so ja dass das kann das ganze hier auch rein und raus ist auch viel viel muss viel schneller aber ich kann euch nicht sagen warum clash of clans jetzt plötzlich doch diesen weg gegangen ist und hat sich gesagt okay wir müssen müssen das spiel jetzt auch unbedingt auf dem pc bringen aber wie gesagt schaut euch an schreibt mir in die kommentare was ihr davon haltet ja nein vielleicht finden wir ganz gut oder auch nicht und dann würde ich mich freuen wenn wir uns wiedersehen bleibt bitte auch bei twitch am kanal dran twitch punkt tv schräger tuto clasht und dann würde ich sagen bis dahin vielen dank für eure aufmerksamkeit wenn euch das ganze gefallen hat wie immer daumen nach oben abonnieren am kanal dran bleiben ciao ciao euer toto clasht ich